Verena Schmitz und der Testtower in Rottweil. Sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Aus einem privaten Besuch auf der Plattform mit dem Aufzug wurde die Leidenschaft ihres Lebens. Towerrunning. Ich und Rottweil, ich komme hier aus der Gegend, vom Bodensee aus Konstanz und das ist für mich eigentlich so ein Heimspiel. Der erste Towerrun 2018 in Rottweil war gleichzeitig auch die Wettkampfpremiere von Verena Schmitz. Die Vorbereitung der Sportwissenschaftlerin damals für den einen oder anderen doch etwas gewöhnungsbedürftig. Es fängt im eigenen Treppenhaus an. Die Nachbarn, die schauen dann etwas irritiert, haben sich aber inzwischen dran gewöhnt. Und ich habe inzwischen auch wirklich eine tolle Möglichkeit in einem höheren Gebäude zu trainieren, wo ich sehr, sehr dankbar dafür bin. Heute ist die 39-Jährige die gejagte Titelverteidigerin in Rottweil. In den vergangenen beiden Jahren war sie am Testtower nicht zu schlagen. Sogar mit Streckenrekord in 9 Minuten und 26 Sekunden. Das Ziel deshalb, den eigenen Rekord brechen. Und das lief auch nach Plan. Nach 232 Höhenmetern und 1390 Stufen hat die amtierende deutsche Meisterin es geschafft. Noch einmal 5 Sekunden schneller als im Vorjahr. 9 Minuten 21, Mission erfüllt, erschöpft und glücklich, auch wenn es zum Sieg nicht ganz gereicht hat. Und die Japanerin Tatechi Yuko noch einmal 13 Sekunden schneller war. Das war absolut mein Ziel und alles andere habe ich nicht in der Hand. Und ja, ich habe das abgeliefert, was ich wollte, was ich mir vorgestellt habe. Und ja, super toller Tag und ich bin einfach total dankbar, hier oben angekommen zu sein. So schnell auch. Runter ging es dann noch schneller mit 8 Metern pro Sekunde. Das war auch gut so, denn unten wartete die Familie und Papa Ulrich. Mit dem ging es nämlich gleich nochmal hoch im Teamlauf. Für Verena Schmitz gar kein Problem und zu zweit geht ja bekanntlich alles besser.